Da sind wir zurück, meine Damen und Herren, wir haben das Dorf Ernie befreit und in dieser Folge werden wir uns ein bisschen akklimatisieren und umschauen. Geplündert bzw. gehackt habe ich alles, was in dem Dorf verfügbar ist, bereits offscreen und insofern nehme ich euch jetzt einfach ein Stück weit mit, dieses Feeling hier mitzuerleben. Wir reden ein bisschen mit den Dorfbewohnern, sehen, dass Erman, wie wir ihn mal bezeichnen, verschwunden ist, wurde aber gerettet und versprach Belohnung, sobald er wieder im Dorf Ernie ist. Ich bin gespannt, wann das sein wird. Wir gehen einfach mal ein bisschen drauf los und reden mit den Leuten, gucken mal, was passiert. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist etwas, was wir sicherlich in den Notizen hinterlegen. Ja, der Major befindet sich im Camp du Krokodil. Okay, das nehmen wir also gerne mit, dass wir mit den Dorfbewohnern sprechen. Auch wenn er hier am Hämmern ist, können wir mit ihm sprechen? Nein, können wir scheinbar nicht. Das klingt einfach super, ne? Wer ist Tinay? Dieser Pierre, den müssen wir im Auge behalten. Hier ist Martha. Was ist mit Martha? Mit der können wir scheinbar ein bisschen breiter reden. Dachte ich. Tja, wir haben ihren Mann gerettet. Oh, das Luder Didi. Die kennen wir noch von der, ähm... Wie hieß es denn noch gleich? Können wir fragen mal ein bisschen nach ihr. Didi Bombastic. Kennen wir. Sie ist ein Kind of wild child, who spends her days blowing things up and making explosives for the Légion. She's had her eye on my Herman for a while now. Hm. Wouldn't surprise me if she sent those thugs to kidnap him for her. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Okay, wir hätten mit dem Präsidenten nochmal reden, äh, oder über den Präsidenten reden können, haben wir jetzt hier nicht getan. Was können wir hier untersuchen? Wer ist Billy Boy? Wir reden mit ihm. Okay, wir brauchen technischen, begabten Menschen. Steroid könnt ihr das machen. Ja, die Lampe war intakt und es mussten nur einige Kabel verbunden werden. Und das war's. Wir wollen keine Gummibärchen. Natürlich nicht. Hier sind noch ein paar interessante Charaktere. Luke. Nicht so ganz, nee. Ob wir das garantieren können? Wir versuchen es. Oh, Ernie hat fünf Loyalität dazu gewonnen. Hm. Das haben wir übrigens eben gesehen. Moment, wir gucken mal gerade, was hat es mit Pierre auf sich? Gleich kommen wir zur Loyalität. Tja, welche Entscheidung? Und was ist mit Tin Bay passiert? Und dann ist er einfach nur fehlgeleitet? Und dann ist er einfach nur fehlgeleitet? Erzähl uns mehr über Ernie. Jetzt kann er die Unterschiede zwischen Justiz und Kruelität erzählen. Erzähl uns mehr über Ernie Island. Ja, dann hätten wir es mit ihm, ne? Wir haben die Loyalität dazu gewonnen. Das wollte ich euch noch zeigen in der Satellitenübersicht. Oh, Moment. Pierre meldet sich mal deutlich zu Wort. Was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, ist, dass wir Milizausbildung betreiben könnten. Und die Loyalität der Stadt ist dafür ganz wichtig. Denn bei der örtlichen Bevölkerung, hohe Loyalität genießend, können wir das Training beschleunigen. Bedeutet beispielsweise, wenn wir Splinter mit seinen Führungsqualitäten nehmen, dauert das Ganze 1945 und sicherlich kürzer, wenn wir in dem Zusammenhang die Loyalität noch weiter erhöhen könnten. Barry hilft hier nur ein bisschen. Brechen das ab. Für den Moment müssen wir uns dann in Ruhe mal überlegen, wie wir es machen. Haben hier noch den schwierigen Bezel. Tja, wir bekommen das Geld eigentlich schon woanders, ne? Wir verlangen keine Bezahlung, sagen wir. Don't worry, our client expressed interest in helping you. So we did. Really? Nochmal von Floralität. Unterhändler Bunz wurde der Vorteil aktiviert. Was für Hilfe wird benötigt? We don't know how to fight the legion. There's not a single person here who has military training. I can teach my nephew over there how to fix a gun. But not how to use it. I can teach you how to use a gun to break a head and then fix it. The gun, I mean. If you would help me assemble a militia, we may stand a chance against those bandits. Ja, das ist auch mal der Plan, die Miliz zu bilden. Ist das alles, womit wir helfen können? Some time ago, I had buried a few old rifles. I could clean them and do some repairs, but that's hardly enough to defend ourselves, hm? I know. There should be at least one machine gun left over from the war hidden around the island. If you bring it here, I can fix it up and we can mount it somewhere with a clear field of fire. Na super, das Maschinengewehr haben wir schon. Hm, wir haben eins gefunden. Oh, you're not wasting your time. I hope you can spare that gun. We could sure use it to keep those lesion types away. Ja, wir geben das MG ab. Now that's a hell of a weed whacker. Unkrautvernichter. A little grease in your tripod and it will be ready to keep those lesion types from sprouting up again. Bitte Loyalität hinzu, Fragezeichen. Wurde denn jemand getötet? Ah ja, wir erinnern uns. When the Lesion came and started plundering, he shot at Pierre from a sniper spot. He missed. But they caught him later. And if I find the guy who ratted him out, they'll be hell to pay. Was hat es mit Pierre auf sich? He took off when he was just a kid and joined the Lesion. Came back home recently leading a bunch of Marauders. Jo, das stimmt, das haben wir eben gehört. Weiß er irgendwas über den Präsidenten? Und was für andere Söldner war das? Tja, wir brauchen definitiv ein Boot. Of course, friends. You have a discount for helping us, you know. When you're good to go, just open the map and show me the routes. And I'll get Oberti gassed up and ready for travel. Keep in mind that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Einfach sehr schön, wie das hier ineinander greift. Jetzt wissen wir, wie wir rüberkommen aufs Festland. Wir sind hier auf der Insel und sagen erst mal dem Basil oder Basil Tschüss. Jo, das haben wir übergeben, okay. Wir reden einfach noch mit ein paar Leuten. Es sind einfach echt viele Leute hier unterwegs. Sieht ziemlich lebendig aus. Und wo? Ansonsten haben wir, glaube ich, niemanden, mit dem wir noch zwingend reden müssten. Die haben alle nicht so ganz so viel zu tun hier, aber ansonsten sieht es schon sehr lebendig aus. Ja, alles klar. Das haben wir gemacht. Hier war man schon okay. Was ich jetzt auf jeden Fall tun werde, denn wir haben gut Geld hinzubekommen. Wir gehen in die Söldner-Info rein und einmal in die Datenbank. Wir werden uns noch einen weiteren Söldner anheuern. Und zwar Igor. Habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Was ist hier? Grunty? Hallo, das ist Grunty. Helmut Grunter. Shall we discuss employment? Äh, wer ist er? Nee, grad nicht, danke. War der nicht irgendwo hier? Da ist Grunty. Guck uns den mal an. Grunty Grunter gilt als Allround-Talent. Um relativ günstig zu haben. Gesunder 70er, 80er Schnitt. Wir gucken nochmal auf die Rekruten. Ah, wobei, Igor ist schon nochmal ein Ticken interessanter, ne? Wir kontaktieren ihn. Er erinnert mich ein bisschen an Lev aus... Boah, was war's? Armageddon? Auf jeden Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Er fragt nämlich, ob wir da sind. Tja, sieben Tage. Oh nein, er hat... Oh Leute, das ist ja mal... Können wir nochmal Kontakt mit ihm aufnehmen? Ah ja, doch. Sieben Tage, 3700. Das Problem ist, 14 Tage ist günstiger, ne? 5000. Wenn wir die ungefähr mal 6 hochrechnen für zwei Wochen. Wir geben die 5000 jetzt hier einfach mal aus. Das Geld haben wir. Oh, und jetzt will er 8000. Na super. Schöne Verhandlung hier. Boah. Ne, dann legen wir auf. Das ist bitter. Dann versuchen wir das mal mit Grizzly. Ich arbeite nicht mit Dr. Q. Geh meine Verhandlung. Du solltest nicht. Geil. Wenn du wirst, wirst du ihn aufhören. Er tritt dem Team nicht bei, weil Q dabei ist. Das gibt's ja gar nicht. Wird's doch grunty? Ein echt krasser Allrounder. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wir kontaktieren ihn mal. 14 Tage, 6750 inklusive der Versicherung. Wir bestätigen das. Ich habe eine bestimmte Attraktion zu Bunz, Santa Gat. Ich denke, es ist die endearinge Weise, sie kockt ihr Hände zu der Seite. Na super, er steht auf Bunz. Just bevor sie ein Hohle in einem Enemies-Gut. Since she's with you, I am with you too. Ivan is my mentor. He taught me how to kill with grass and endurance. It will be really excellent, if you hire him. But that is only my good advice. Anyway, tschüss for now. Tschüss. Okay, den haben wir schon mal in der Backe. Die neu eingedauften Söldner erreichen Grand Chien in 36 Stunden. Tja, er soll... Wo soll er denn hinkommen? Bitte ans Dorf Ernie. Das wäre ganz toll. Wir kümmern uns um Heilung. Das ist jetzt natürlich zwingend erforderlich. Mit unseren Ärzten bestätigen wir, dass alle sich mal kurz durchheilen sollen. Ein Tag, neun Stunden. Ja, dann müssen wir natürlich die Verträge von denen noch verlängern. Wir starten aber erstmal. Beziehungsweise lassen wir hier die Geschichte erstmal ankommen. Oh, was kommt hier oben? Legionsangriffstrupp? Wow. Das bedeutet, dass wir unsere neuen Söldner wahrscheinlich gerade rechtzeitig bekommen. Aber das gibt definitiv einen Kampf. Hui. Und der ist nicht ohne mit 8 Einheiten. Gut, dass wir uns verstärken. Können wir parallel Milizen ausbilden? Also geht das wirklich parallel? Drei Tage? Okay, das wird nicht rechtzeitig passieren. Wir brechen das ab. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier noch Grunty dabei haben. Den müssen wir dann ganz schnell ausstatten. Ja, ich bin jetzt hier. So. Er ist da. Wir gehen ins Dorf Ernie. Und die Frage ist, sollen wir schon irgendwie... Wo ist er denn? Ah, hier. Kommt jetzt mal näher. Wie sieht er denn aus? Oh Gott. Rein ins Inventar. Schießt hier mit einer Waffe momentan. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Bekommt noch ein Kampfmesser hinzu. Immerhin. Bekommt auch noch eine zweite Waffe. Und dann ist die Frage, ob wir die schon mal irgendwie auf dem Dach verteilen. Bands hoch. Und Barry auch. Würde ich mal behaupten. Ja, wir können in Konfrontation wahrscheinlich nicht aus dem Weg gehen. Das muss man mal ganz einfach so festhalten. Die Frage ist, wie geschieht das jetzt tatsächlich? Weiß ich selbst noch nicht. Aber hier kommt auf jeden Fall... Boah. ...der nicht zu unterschätzende Angriffstrupp. Und die Frage ist, ob wir uns irgendwie schon mal verstecken können. Ja, aber was sollen wir dann drum herum reden? Die kommen auf jeden Fall. Und insofern gehen wir rein in die Geschichte. Wir lassen die jetzt hier kommen. Boah, und sehen. Echt üblen Kampf. Ein Schütze, ein Überfallanführer, ein Grenadier und vier Marodeure. Das wird ein harter Kampf. Das kann ich schon mal sagen. Bah. Das ist ja ekelhaft. Wir kämpfen. Sehen einen klaren Himmel. Und müssen echt taktisch klug vorgehen. Zwei stehen auf dem Dach im Ideal. Nein, steht... Ernsthaft? Wir gehen runter? Die Frage ist, ob wir mit allen aufs Dach gehen. Erhöhte Position ist natürlich erstmal super. Aber mit allen da oben? Ich weiß es ja nicht. Ich denke eher, dass wir uns hier hinten positionieren sollten. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist Bunz hier oben, ne? Ja. Ah, wir können ihn... Ah, okay. Wir können ihn noch einzeln... Ah, wir können... Okay. Wir können ihn noch komplett einzeln umverschieben. Dann... Geht Q hierhin... Mit Grunty. Steroid bringe ich mit hoch. Und... Ne, Barry wollte ich mit hochbringen. Steroid geht runter, bitte. Frage ist, im Haus? Ja, warum nicht? Splinter... Hier drüben... Doch, wir können uns auch hier drüben hinstellen. Okay, dann können wir das ja ganz frei machen. Dann werden wir das auch tun. Ich glaube, dann ist es so in Ordnung. Und Grunty setze ich aber hier rüber doch. Ah, nein, kann ich nicht. Das ist ein zu offenes Gelände. Okay. Nö, dann bleiben wir hier stehen. Ich glaube, dann ist das ein guter Einsatz. Und jetzt ist die Frage, von wo... Kommen die Trupps? Packen alle schon mal in den... Modus, dass die verborgen sind. Und damit lasse ich euch, glaube ich... Oh. Ja, mit einem Feind in Ruhe. Da kommen ein paar. Die Frage... Oh ja, von hier. Na super. In dem Moment wünsche ich euch... Haha. Oh, das war die Hilfe. Dass ihr in der nächsten Folge bei dem Cliffhanger definitiv wieder einschaltet. Das ist hier gerade richtig spannend. Ich habe gerade noch die Escape-Taste gefunden. Die gehen hier einmal durch. Ich habe so eine Idee. Barry steht da oben ganz gut. Und ich denke, das wird eine schöne erste Star-Pakete. Darunter, äh, Granate. Und insofern freue ich mich auf die nächste Folge. Ich dachte, wir können ganz in Ruhe Ernie hier erkunden. Und schon kommt der Angriffstrupp und der Arzt in sich. Die nächste Folge wird definitiv spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Euer Let's Blinter. Macht's gut. Ciao, ciao.